Die NATO-Minister Die NATO-Minister Vom Rhein wird mit Abschreckungslärm gedroht, mit Superwaffen, Neutronen und Tod. Das ist die moderne Inquisition gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter bauen fester die Waffen, heut ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher verbrechen beginnen, das heut ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein. Um fester die Einheit, der kampf wird sich schonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Um fester die Einheit, der kampf wird sich schonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Aus Washington schreit es Sanktionen. Hört, hört ihr es nicht? Embargo Bestrafungsaktionen. Hört, ja hört ihr es nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit, sie sind für Profit zu allem bereit. Es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter bauen fester die Waffen, heut ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher verbrechen beginnen, das heut ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein. Um fester die Einheit, der kampf wird sich schonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Um fester die Einheit, der kampf wird sich schonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein.